Warte, Max, das kommt gleich noch, ich freu mich so. Trimax, Master Builder ist jetzt auf meinem Server, Junge. Okay, ich bin jetzt da drin. Was jetzt? Jetzt gibst du einfach Slash and Join Me ein. Okay, und jetzt? Aber der Modus ist noch nicht offiziell draußen, der ist halb, Jungs. Das wird eine geile Scheiße, Mann. Das wird richtig nice. Alter, geil. Ey, so geil, ey. Ich hab so Bock. Geil! So, Leute. Master Builder ist auf meinem Server, wird jetzt gespielt. Max und Romana sind dabei. Und ihr dürft eure Wörter nicht sagen, die ihr bekommt, okay? Was für ein scheiges Wort. Max, du darfst dein Wort nicht sagen, verdammt nochmal. Och, Mann, Junge. Okay, wir müssen nochmal. Frank. Halt's moll. Hast du nicht? Natürlich hat er nicht Vase. Kann ich mein Thema nochmal sehen? Ach, da. What? Ich sehe es ja bei dem Stream, aber ich werde es halt nicht machen. Nee, eigentlich darfst du dein Wort sogar sagen. Ist halt nur die Frage, wie gut du es gebaut hast. Digga, das kann ich nicht bauen, Digga. Gib dir Mühe, gib dir Mühe, Junge. Nothing is impossible. Geil, Alter. Master Builder ist endlich auf dem Review-Server. Da hatte ich auch schon lange Bock drauf, du. Das war schon immer mein Traum. War schon immer mein Traum, hier. ein Master Builder auf dem Review-Server zu haben. Oder, Max? Für dich auch? So habe ich nur so wenig Zeit. Gibi, sagst du nur so wenig Zeit. Ich bin... Oh mein Gott, wir haben übel wenig Zeit. Ja, Bro. Kick rein, Alter. Was macht ihr hier? Oh Gott, es ist so ugly, es f*** schon wieder. Ich habe verloren. Kann ich jetzt schon verloren? Kann ich verloren anmelden irgendwie? Kann ich sagen, ich will nie weiterspielen, weil ich verloren habe? Ich bin zwar lost, aber du bist verloren. Das ist halt was viel Schlimmeres. Ich bin einfach verloren. Ihr müsst echt super kreativ bei mir sein. Ihr dürft auch... Ihr schließt euren Twitch-Chat. Die Leute werden alle spoilern. Schließt euren Twitch-Chat. Bitte, sonst wird die Folge nicht gut. Schließt ihn! Ja. Dürft ihr jetzt auch das Wort schreiben? Also als Buchstabenblöcke bauen? Sowas wie jetzt zum Beispiel Vase, V-A-S-E. Ja, wäre sau langweilig, oder? Seid ihr mal vor, Max? Oh Gott, der Trip ist da. Der Trip ist da definitiv bei mir. Der Trip oder der Drip? Romatra, erzähl es mir. Ihr müsst die Hinweise richtig deuten bei mir, okay? Oh, sch***. Könnt ihr das so machen, dass ihr die Hinweise richtig bei mir deutet? Ja, das können wir genau so machen, Alter. Machen wir genau so, Max. Das ist gar kein Problem. Kommen die da drauf? Max, ist es so, sei ehrlich? Es ist nicht möglich. Ich würde gerne mal sehen, wie du es machen würdest. Ich glaube auch, dass meins nicht erratbar ist. Gibt es auch dünne Sachen? Wie dünne Sachen? Was talkst du? Was für dünne Sachen? Ich habe noch drei Minuten und ich kann es nur noch schlimmer machen. Mein Teil ist verschwunden. Tribot, Alter, let's go. Es geht ja nicht darum, dass es erratbar ist. Es geht ja darum, dass du was Schönes baust, ne? Oh Gott, dann ist es komplett versagt, Alter. Es geht ja nicht einfach darum, die Leute sehen ja das Wort. Und es geht ja darum, ob du was Schönes gebaut hast. Ach so. Nein, ich gehe doch zu erraten. Nee, Max, das ist ein anderer Spielmodus. Erzähl es mir, Max. Erzähl es mir. Erzähl mir, wie mein Server funktioniert. Er sagt es mir. Sag es mir bitte. Ich wollte schon immer mal wissen, Max. Jetzt ist es so, wie ich es sage. Es ist so, wie Trimax es sagt. Wir haben ihn alle gehört. Ich habe auch ein überschweres Wort. Aber ich gebe mir Gottverdammt nochmal Mühe, Junge. Weißt du, was ich meine? Verstehst du? Haben wir alle dasselbe Wort? Nein, natürlich nicht. Es wäre super dumm, wenn wir alle dasselbe Wort hätten. Wieso? Ich hätte es ja wirklich nur probiert. Ich habe das Gleiche. Echt? Erzähl mir, wie mein Server funktioniert. Er sagt es mir. Ach stimmt, wir haben wohl das gleiche Wort, oder? Ist das nicht so, Marcel? Ja, ihr habt alle dasselbe Wort. Ja, alles selbe Wort. Natürlich, klar. Wie Master Builders halt. Egal, ich lasse die Minute ablaufen und habe verloren. Nächstes Rund wird besser. Ah, ich habe gechockt. Keine Ahnung, ist sauschwer, Digga. Ist nicht mein Modus. Komm, zeigt mal, was ihr habt. Max, es geht nicht darum, das Wort zu erraten. Ich weiß, welches Wort du hast, Max. Nee, ne? No, 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 no. Doch, es geht darum, dass du schön gebaut hast. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Alter, Tri-Bot. Tri-Bot muss los, Junge. Wie machen wir das, was er rät? Nein, wir machen nicht, dass wir das er rät. Das ist doch nicht der Spielmodus, Max. Das ist doch gerade der Spaß da rein. Nein, der Spaß ist, sich zu flamen, wie hässlich das ist, was du gleich gebaut hast. Wie unglaublich hässlich du Saft gebaut hast. Ich will sehen, wie du Saft gebaut hast. Alter, wie weißt du das denn? Weil wir alle das gleiche Wort haben. Ich habe auch Saft, Alter. Und ich werde dich so mit einem Saft flamen. Oh mein Gott, Revi, das musst du nochmal einschellen. Alter. Leute. Wir haben jetzt elf Saft gebaut. Oh, guck mal hier. Das ist ein schöner Saft, oder? Ach, das ist... Mäh. Mäh ist das. Würde ich dir das erkennen? Ich finde es... Ja, es hat... Ey, wie gibt ihr mir Mäh? Ich habe eine Melone als Stück. Hast du das gemacht? Das reicht. Das ist doch gar nicht schlecht, Alter. Das soll ein Mäh sein. Ja, ich gebe dir richtig... Guck mal, das hier, Digga. Was ist das denn? Das ist einfach ein Glas Pisse, was hier eingeschönnt. Also, Digga, sorry. Das ist doch kein Saft, Mann. Das ist... Augenkrebs, Alter. Das tut mir leid. Das ist wirklich einfach... Das ist einfach Katheter, wo die Pisse geleert wird. Das ist das, Alter. Holy shit, ja. Ja, hässlich, hässlich, hässlich. Hässlich, hässlich. Das war meins, okay? Mit dem Tisch? Hasse ich. Ich finde es gut. Gleich dickendes Augenkrebs. Ja, obwohl Augenkrebs ist zu hart, das ist schlecht. Oh, Junge. Boah, guck mal hier, Alter. Eine Saftpresse dabei. Oh mein Gott, siehst du das? Das ist ganz gut. Eine Saftpresse mit einem Saft dabei. Oh mein Gott, das ist krass. Das ist krass. Mehl oder Glut? Digga, ich finde es episch. Ich finde es episch. Es ist ein Mehl. Was soll der Feature? Was soll das? Die Fresse, Alter, Junge. Da ist die Saftpresse dabei, du Asozialer. Ja, war es deins? War es deins? Ja, natürlich war es meins. Was ist das denn hier? Das ist... Das finde ich geil. Hier rechts schon ein Tetra-Pack, schön simpel. Hier eine Flasche, da ein Gas. Ja, das ist geil. Schau mal, das ist Trimax. Ich hasse den so, Alter. Ich hasse den... Augenkrebs, Alter. Mein Gott, wie kann man dem jetzt sowas kicken? Dieser Sch***. Trimax, Alter. Das hat mir gefallen. Man muss auf den Ursprung zurück und die ganzen Sch***-Details mal weglassen. Tetra-Max, Alter, ich muss los. Das macht so sehr Sinn, Max, dass du... Tetra-Max, Alter, du siehst doch aus wie ein Tetra-Max. Du siehst aus wie ein Tetra-Pack. Dein Körper sieht aus wie... Das ist so hässlich. Da war sogar meins, bist du. Da war sogar meins, bist du. Da kommt... Sag's mir doch. Eine Schande für Minecraft. Augenkrebs. Sag's mir doch. Mir wurde wenigstens noch ein geschenkt, Alter. Ab dafür. Jilis, oha. Tetra-Max muss los. Merke ich mir, Redi. Ich hab dir einen sehr gut gegeben. Dein Twitch-Prior kannst du nächstes Mal bei mir lassen. Danke. Also, tu mir da jetzt das schlecht. Ich dachte, der Community ist krass da drin. Ich war ja... Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Junge, hallo. Ich? Max, Deins war halt wirklich eins mit Abstand der besten von... Tetra-Max, Junge. Yo! Der trinkt den Saft. Das ist wieder Sch***-Feature. Das ist sauge... Mein Gott, Trimers, du bist so ein Asos. Du bist... Es geht um Saft. Ja, er trinkt den Saft, doch. Und er maut einen ganzen Menschen, Alter. Das ist so geil gemacht. Das ist so gut, Alter. Das ist so gut, einfach. Nö. Guck mal hier. Der hat den Saft in der Hand. Der hat den Saft in der Hand, Junge. Okay. Wieso? Was sollen die Features denn? Mein Mann hat das Saftglas gar nicht mehr. Feature. Das ist geil. Dein Schuh heimdreif. Dein Wertesystem ist so ein Faschisten-Tetra-Max. Das ist so kacke, Alter. Da ist der Saft im Fokus. Hätte jetzt an den Menschen noch einen ganzen Körper dran gebaut, hätte ich ihn wieder zugrunde geflankt. Gewonnen, Alter. Ich bin Fünfter geworden. Geil. Okay. Das Thema wird sein... Oh, geile Bauarena. Die sieht so geil aus, Alter. Ich liebe die richtig, ey. Das Thema ist... Boah, Baba. Nee, die werden das Thema wechseln, oder? Boah, Zeit. Geil, das machen wir, das machen wir. Das bauen wir, Junge. Alter, und wie das gebaut wird, Junge. Da wird so gebaut, ey. Da wird so... Boah. Das ist ein geiles Thema, Junge. Da wird Trimax richtig versagen. Halt's Maul. Wo kam das denn her? Das habe ich aber noch nie von dir so gehört. Das hätte ich gerne als Sub-Sound. Halt's Maul. Ja, das sieht so lässig aus. Geil. Geil, geil, geil. Sehr, sehr geil, Alter. Sehr, sehr geil. Geile Thematik. Ihr müsst... Es ist sehr wichtig, dass ihr das von vorne anguckt, okay? Geht schon wieder los. Wenn man das hier... Wenn man mich zum ersten Mal jetzt hier sieht, dann muss man denken, ich bin... Geistig behindert, oder? Ja. Würdest du sagen, dass du geistig normal entwickelt bist, Max? Ja, ja. Meinst du echt? Ich hoffe doch. Sei mal ganz ehrlich jetzt, unter uns beiden, würdest du sagen, dass du eine normale geistige Entwicklung durchgemacht hast? Ja, ja. Jetzt noch 100%iger Real Talk. Und was nochmal war die Faser? Hast du eine... Alles klar, gut. Bastet, bastet. Es ist so schlimm, Max. Es ist so schlimm. Es ist so sch... Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid an alle, die an mich geglaubt haben. Es ist so schrecklich. Ich finde auch nichts mehr. Ich finde auch die ganzen Materialien nicht. Kann man eine Schiene steil nach oben bauen? Nein. So. Alter, ich bin... Ich bin... Ich bin Meinti zufrieden mit meiner Ausführung. Ich freue mich drauf auf Max. Ich wusste mehr. Insane, Alter. Insane. Wenn ihr euch das nicht von vorne anguckt, spiele ich nicht mehr mit. Ich sage es euch jetzt so, wie es ist. Okay? Ihr müsst euch das von vorne angucken. Oh, guck mal. Das ist ein Heirats... Alter, Zyklop. Aber das ist ein Heiratsantrag. Das ist ein Heiratsantrag. Eher... Ja, eher der Antrag, als die Hochzeit an sich, ne? Aber schon gut. Das ist ein Heiratsantrag, ja. Ich gebe... Mäh. Max, du bist so hart, Alter. Was denn? Junge. Ja, das sind einfach zwei Leute, die sich anfassen jetzt, ne? Finde ich auch eher mäh, muss ich sagen. Die sollen auch so ein Gesicht dazu machen, Alter. Das ist alles gut, gut, Mann. Ich finde es... Ich finde es... Ich finde es auch... Ich finde es gut. Ich finde es gut. Ich finde es auch gut. Ja, ist auch gut. Die bauen das alle so klein, irgendwie. Wie geht das mit den Schafen? Okay, da gebe ich auch mal ein Gut. Man kann es auf jeden Fall erkennen. Man kann es auf jeden Fall erkennen. Wie heißt die Serie mit dem Schaf und den Typen, die auch so aussehen? Schon das Schaf. Ja, ja, ja. So sehen die aus. Wallace und Gromit, oder? Wallace und Gromit. So sehen die Leute aus. Das habe ich gar nichts vergeben. Was ist das denn? Das ist auch schön. Ne, man erkennt die Hochzeit. Man erkennt die Hochzeit. Ah, mit Gloom. Gebe ich auch mal ein Gut. Das hat Romatra gemacht, wegen dem Enderdrachenkopf. Wieso wusstest du, dass ich das bin, mit dem Enderdrachenkopf? Ich habe das für mich falsch verstanden, das Thema. Da hat man einen kompletten Kek darauf. Wie kann man Hochzeit falsch verstehen, Max? Wirst du gleich sehen. Ich habe es auch viel zu groß gemacht. Die waren alle so klein und klein. Oh, guck mal, das finde ich sehr gut. Die haben ja so die Ringboxen. Das ist sehr gut. Da habe ich auch dran gedacht, zum Beispiel. Das gibt auch ein Gut. Ich finde es ein sehr gut, in meinen Augen. Ist schon stark. Ist schon stark Suppenkoch. Try Max schlecht. Try Max schlecht. Ich bin froh, wenn das meins gewesen wäre. Oh, Alter, das ist auch krass. Guck mal. Oh mein Gott, sie hat sogar diese Schleier an. What the fuck. Er hat Zylinder an. Ich finde es gut. Ich finde es richtig krass. Ich bin doch ein Schleier. Das ist schon krass. Das gibt ein Episch, Digga. Das gibt ein Episch. Das gibt ein Episch bei mir. Episch, Episch. Das gibt es gar nicht bei mir in der Leiste. Boom, Junge. Genommen, genommen, genommen. Wollen wir mal, Alter? Das ist aber auch eher creepy. Ja, wobei ist es auch gut. Der Typ sieht sehr gut aus. Sie sieht richtig behindert aus. Weil sie hat so einen richtig dicken Stift in der Hose. Sie sieht aus wie eine Rackschnecke. Alter, Max, das kommt gleich noch. Ich wollte mich so. Oh, Gott, das ist so. Ahahaha! Die Ere! Ahahaha! Ahahaha! Nein! Oh Junge! Der hat einen Pimmel am Kopf! Ahl-Crofter! Er hat einen Aal auf den Kopf! Ey, warum meinst du jetzt mal so schlecht? Das war das Pehennetze, was ich jemals gesehen habe! Oh mein Gott! Können wir bitte noch eine Runde spielen? Ich will nicht mehr! Oh, ich bin Zweiter geworden! Wie viele spielen mit? Zwölf! Ne, es sind nur zehn Leute, oder Marcel? Zwölf! Waren noch zwölf Leute in der Lobby? Ne, elf, ne? Ne, elf, mit mir waren zwölf! Ah ok, Max, es waren elf Leute in der Lobby, du bist vorletzter geworden! Leute, alles was von Masterwilders ab jetzt auf dem Reviserver verfügbar, gönnt's euch auf jeden Fall rein! Knackt die Rekorde und alles, es wird demnächst auch irgendwann Highscore-mäßig sicherlich was geben, also könnt ihr auch Highscore spielen, ne? Gebt immer Punkte, wenn ihr gewinnt! Ja Leute, Masterwilders ab jetzt da! Gönnt euch rein! Heißt, ähm, Meisterbauer, heißt das Spielmodus! Da hab ich jetzt einfach mal beschlossen, Meisterbauer, toller Name! Alles klar! In dem Sinne meine Freunde, lasst ein Däumchen nach oben, da schaut bei Trimax und Romana vorbei! Max, Minecraft-Champion an der Stelle, danke dafür! Und ich bin raus, macht's gut, auf Wiedersehen! Tschau Leute! Jochen offs! Auch wenn? Ja. Okay, kr���! Eva hat mich sicherer! warte dort auf Haus iry